Bei Take It Light Saftig im Abgang Und im Klaas Der darf natürlich nicht fehlen aka der Sandrö Ich muss die Musik wieder starten Live im Stream Und hart im Abgang So, ich war hier immer noch bei meinem Pavillon Der einfach kein Ende haben will Das ist doch kein Pavillon eigentlich, oder? Das ist dann ein Rundgang Überdachung Ein Regenschutz Ja Genau das Geht einmal um die Kirche rum Ich gönn mir Um was bringt es uns eigentlich, wenn es einmal rum geht? Dass man da aus der Weg abzweigen kann Ich werde ja hier drin in diesem Pavillon alles mit Mit, warte, wie breit ist der? Ich werde einen Zweierweg reinbauen Die Breite passt ja Oder? Aha Hier und hier, ja Ein Gravelweg, zwei breit, kommt hier rein Kann man hier durch die Kirche gehen Also an der Kirche vorbei Ich habe schon mal nachts um zwei Uhr Pro 7 Max geguckt Was für ein Ding? Pro 7 Max Nein, wie sowas läuft da? Animes Aber so richtig Die Hardcore Animes Wo Blutspritzen und so Sind Leicht Leicht Ja Brutal oder sexuell? Achso Sexuell Also sexuell Aber brutal Du merkst quasi, wie sich die Zeichner Oder wie die Produzenten einen drauf fixen Es gibt ja auch in den japanischen Animes Es gibt ja diese Hardcore Animes Wo nackte Haut zu sehen ist Oder generell alles Ist er sowieso Hentai Oder wie? Ja, heißt Hentai Ne? Also willst du mir damit sagen Auf Prisimax läuft nach 2 Uhr in der Früh Hentais Oder was? Ja, nicht kannst du extudieren, aber ja Weil die nicht so krasse Form Nennt man Edgys, glaube ich Da wird zwar viel gezeigt Aber genau die wichtigen Stellen Da ist immer irgendwas davor Wir haben Hm? Meine Mondfinsternis Wo? Ach da Ja Hallo? Bist du noch da, Felix? Ja, warum? Körperlich oder geistig? Hallo? Hallo? Schnauze Wirst du mir jetzt nicht sagen Dass ich gemütet bin, oder? Junge Ich seh doch den Ausschlag bei Discord Du kleiner Stinker So Wie krank das aussieht Passt aber Passt aber Still alive? Oder bist du schon tot? Das andere ist wieder gemutet Oder er konzentriert sich gerade mal Ich wollte nur sagen, dass Sandro stinkt Er fett und hässlich ist Was? Das hast du doch geschrieben, oder? Da hinten seh ich dich doch Geh weg Du kleiner Stinker Hast du es die ganze Zeit rumprobiert Wie man das am besten schreibt, oder? Ich hab mir einfach still Ich wollte eigentlich, dass du dann rausgehst Und dann guckst du Und man dich nicht hört Wie? Was? Was? Wo rausgehen? Hä? Ja, ich wollte, dass du denkst Dass man dich nicht mehr hört Ich muss hier nirgendswo rausgehen Der spielt jetzt bei mir nicht im Vollbildmodus Nein, ich mein Gucken Bei Discord rausgehen und so Nein Probieren Ich seh doch, dass ich einen Ausschlag hab Glaubst du, ich bin doof? Nee, es ist nicht immer Ja, du schon Aber Wenn dann Wenn dann wär was mit deinem Wenn dann wär was mit deinem Netz Nicht mit mal Wenn ich von Kopfhörer auf Lautsprecher wegge Oder andersrum Dann hab ich jetzt bei mir einen Ausschlag Aber ich seh deinen Ausschlag nicht Oder wenn dein Kopfhörer wieder leer wird Nee Das merk ich ja Setzen dann die Stimmen aus, oder wie? Nee Erst kommt so ein penetrantes Piepen Das ich mir richtig angekonnt Und dann Wenn dann gar nichts mehr geht Dann steck ich erst an So kenn ich dich So, warte Sag, du machst das nicht so Nee, meine Kopfhörer Äh, mein Kopfhörer Der ist ja ganz anders Der macht Der macht kein penetrantes Piepen Der macht so ein Geräusch Wenn er leer wird Piep, piep Nein, so, so, so Warte So ähnlich Und Das lasse ich dann so zwei Minuten Und wenn er dann damit nicht leerer wird Also richtig leer geht Dann gönne ich mir Mein Mini-USB-Anschluss Der direkt an meinem PC-Phone angeschlossen ist Das ist ein klein So wie du Ich hab einen großen USB-Anschluss Ja, ich hab vorne auch einen großen Bloß der, der dann In meinen Kopfhörer reinkommt Das ist wie beim Handy Mini-USB So bringst du keinen großen rein Ach, schade Der ist einfach zu eng Äh, jetzt kommt wieder diese Gesprächsteam Mhm Lass mich hier einfach mal in Ruhe bauen Ich will einfach nur Nee Versuch hier Themen zu finden Ja, okay Was sagst du denn zur Zeit zur Ich hab heute in der Früh, glaub ich In den Nachrichten nochmal irgendwas mit Terrorgefahr gehört Aber dann hab ich weggeschalten Am Wochenende schau ich nicht so viel nach Frankreich Ja, genau Frankreich Das hast du gelesen Ich glaub, das ist schon in der Bild drin Nee Äh Ein Nazi in Frankreich haben sie gefangen genommen Was? Der wollte Ein 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 Muslim Ich weiß nicht, ob es Ah, nee Jetzt weiß ich wieder Der wollte auf Moscheen Anschläge verüben Ich hab's festgenommen Mit zwei RPGs Und Überhaupt 150 Kilo Sprengstoff und so Und das war halt ein Nazi Und Ich glaub, bloß deiner Aussage nach War es Rache für die gefallenen Deutschen Oder irgendwie sowas Ich fand das schon ein bisschen krass Weil Ähm Der weiß schon, dass die Gefallenen Es ist quasi um Ja, ja Bloß Was haben die Muslimen mit Den gefallenen Deutschlands zu tun? Ich kann ja noch Generell halt, ne Kampf gegen ISIS oder so Hm Ja, aber ich Achso Die Gefallenen Ich hab jetzt gedacht Du gehst noch vom Zweiten Weltkrieg Nein Wir haben den Zweiten Weltkrieg Da gab's die Moslems Und die IS Halle war Halle war geil Halle Halle war Halle war Halle war Kam sich auf dem Kamil Angeritten Im Panzer Ja Das glaub ich auch So Wir brauchen mehr Couplestone Was wolltest du jetzt sagen? Du wolltest ein Thema Ganz Glock Okay Ansteigen Was? Was für ein Thema? Irgendwas mit Terror Wolltest du sagen? Oder meinst du Die Terroranschläge In der Türkei? Ähm Nein Die Türkei geht mir sowieso Zurzeit auf Und sagt Dieser Erdogan Kennst du die Post-In-Lohn-Site Da auf Facebook? Ja Was haben die gepostet? Äh Irgendwie Erdogan Hat es nicht Für Merkels In seiner Freundesliste Irgendwie So ein Scheiß Halt Schon ein bisschen lustig Erdogan Und Merkels Ist nicht mehr zusammen Aber die Bräuche Na Schweinchen Lustig Ja Der Postillon Macht immer so geile Aufrufe Zum Beispiel In der Silvesternacht Köln Haben sie glaube ich Der Postillon Auch sowas gepostet Mit Frauen Sind Also Frauen Ziehen sich alle So anzüglich an Sollen alle mal Eine Armlänge Abstand halten Und so ein Scheiß Das hier So warte Das hier Kommt mal hier rein Einmal Clean Stones Bitte Wie geht's mir? Oder was fragst du gerade? Ja, du kannst es noch. Natürlich kann ich noch Spanisch. Komm, ist das? Das ist eines der ersten Sachen, die man lernt. Ich weiß, das ist das Ich hab's schon überlegt, ob ich es lernen sollte. Spanisch ist besser als Latein, kann ich dir jetzt schon sagen. Und ich hatte Latein. Lag gleich doch am Lehrer. Ja, glaube ich, von vielen Artikeln her, glaube ich. Habla es espanol? Sprichst du Spanisch? Nee, 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 einfach nur es kannst weglassen. Du sagst einfach nur, also durchkonjugiert heißt ich. Ich, genau, genau. Nee, hablo, hablas, habla. Das heißt, hablo espanol, das heißt ich sprech. Du kannst es noch betonen mit i. Nee, i heißt und. Jo heißt ich. Jo und tu heißt du. Jo hablo espanol, das ist dann betonst du, dass du sprichst. Hablo espanol. Genau. Oder du sagst einfach nur hablo espanol, das ist die kürzere Form. Das heißt dann, da ist nämlich schon das Ablo, ich spreche. Ablo, ablas, abla, ablamus, 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 ablam. Obla hat das Slank quasi bei denen drüben. Hm? Dass die quasi manche Sachen gar nicht betonen. Ja, das ist, boah, das ist wie eine Sagen, wie kann man das noch, wie kann man das auf Deutsch sagen? Wenn du jetzt sagst, ich spreche Deutsch oder ich spreche Deutsch. Ah ja, kannst du das nochmal machen? Nein. So listen again. Ich spreche Deutsch. Ja, hast euch das neue Best of the Peeps mitgesehen? Bist du raus. Ja, ja, wegen, ähm, er hat ein Biom nicht geladen, Biom sag ich schon, er hat ein Ding nicht geladen. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, Stüffchen. Nee, Stüffchen habe ich. Ah, Ganze brauche ich. Yo, habla espanol. Genau. Oder du sagst einfach, hablo espanol. Und wenn du fragst, wenn ich jetzt frage, de donde eras, was heißt das? Ach Gott, das wusste ich auch. De donde eras. Oder ero, eras, erra, erramus, erais, erran. Ja genau, so wurde es durchkonjugiert. Was hieß das nochmal in deinem Satz? Ähm, de heißt von, donde, woher, eras, bist du. Aha, woher kommst du? Ja. De donde eras. Wenn jemand fragt, ähm, de donde ero, dann heißt es, von wo, von wo komm ich. Oder einfach nur, ähm, was heißt nochmal wo? Ähm, wo auf Spanisch, weil donde heißt woher. Heißt das einfach nur do? Oder de? Ne, de heißt von. De donde. De do. Von wo? De do eras. Von wo bist du? Ja. Mein Auskollege von mir spricht Spanisch ein bisschen, äh, Französisch. Ja. Und du Spanisch. Ich glaube von beiden ein bisschen. Ja, ich kann auch die Basics. Also, ich hatte ein Jahr Spanisch. Hallo. Ich hab, ich hatte zwar meine Einser und Zweier, aber... Easy. Äh, I heißt das auf Französisch oder auf Spanisch easy? Easy heißt hier. Auf Spanisch. Ah. Äh, auf Französisch. So, ja. Was heißt nochmal? Oh mein Gott. Hier auf. Ich finde, Spanisch ist, der Spanisch, die spanische Grammatik. Hallo, ganz kurz. Die spanische Grammatik, wie, wie ist denn die französische Grammatik? Ich hatte ja nicht. Beschessener. Viel, viel beschessener. Ja, weil, ähm, oh fuck, was hab ich denn hier schon gebaut? Ähm, weil, ähm, die spanische Grammatik ist einfach, so wie du's auf Deutsch sagst, so sprichst du's auch auf Spanisch. Das heißt, ähm, ich bin ein hart penetriertes Opfer. Auf Spanisch sagst du's genauso. Einfach die Worte so hintereinander. Ich, jo, bin, soy, jo, soy, äh, ein, u, un. Ne. Doch, jo, soy, un. Was, was, was war? Ne, un heißt eins. Was heißt nochmal ein? Doch, ein, ein heißt un. Uno. Uno ist dann eins. Ne, ne, un heißt eins. Un heißt eins, weil es, es geht was mit un. Nein, auf Spanisch heißt uno ist italienisch. Stimmt. Unheiß. Unheiß. Sprachen, ne. Warte mal, du kannst, äh, Spanisch, Englisch, Deutsch, falls du so klar. Was, Deutsch? Kenn ich nicht. Neue Sprachen. Ja, aber ich kann's so ein bisschen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jeden, also ich kann zum Beispiel, zum Beispiel sagen, jo, soy, der Alemann. Ich komm aus Deutschland. Oder ich bin, das heißt wörtlich übersetzt, ich bin aus Deutschland. Jo, soy. Und du kannst auch nur, ne, bei soy, das heißt ich bin. Soy, eres, soy heißt ich bin. Die Normalform heißt, glaub ich, es, sein. Bist du grad offen? Nee, es ist dann quasi, ich komm ja offen. Hast du grad einen Übersetzer offen, oder was machst du grad? Nein. Okay. Ich bin ingeimig, ich bau noch weiter. Äh, Tito. Einfach so sehr gut zu merken. Weißt doch, wo wir mal, wo wir mal in der Kathedrale, ähm, wo ich mal die, die Anmoderation gemacht hab und dann fiel mir ein Wort nicht ein und dann, äh, 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 äh. Ich schreib mal, was heißt, was heißt dann? Und, ähm, kon, nee. Warte, 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 warte. Ich muss mal kurz erstmal den deutschen Satz bilden. Hola, señoras y señores. Ähm, was heißt let's play auf Spanisch? Let's so playo! Ja, von oben hängen. Ja, so machen's die meisten. Klaas so, ey, hänge, oh. Nee. Yo soy, Hängerboy, kon, klaas, mit klaas. Kon heißt mit. C-O-N. Warte. Kon. Was heißt das? Mit. Richtig. Oder meinst du, es ist dein Rülpser, dass ich den übersetzen soll? Ja. Nee, dein Rülpser heißt, geht beim Arsch vorbei. Oh, freiwillig übersetzt. Gut. Und erfunktet. Alter, die Musik, wenn sie wieder einsetzt, wenn sie neu ist. Ich liebe es. Gehörsturz. De donde eros. Das müssen sie beim Nightbot noch. De donde eros. Eras, oder? Eras. Eras. Ja. Eras. Sein. Esse, sein, esse. Da schreibt man, warte, ich glaub, man schreibt so. Esse ist sein. Also, etwas, ich bin etwas. Etwas sein. Du sein, Deutsche. Esse. Esse. Warte, ich muss mal kurz nachschauen, warte. Warte, ich glaub, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Warte mal kurz. Übersetzer, Spanisch, Deutsch. Spanisch. Ich muss das andersrum machen, warte. Oder sein. Wer gibt der Sue ein? Ist der dumm? Äh, wo ist denn Spanisch? Ich glaub, der meint mit, der hat mit sein jetzt das andere sein gemeint, mit. Äh, wo ist denn Spanisch? Behindert sein. Da, Spanisch, Deutsch. Äh, wo ist denn eigentlich, dann hängt er vor dem Raum. Esse. Hä? Ich bin. Ja, ich bin heißt Soy. Soy, es, es. Somos, soy, son. So wird's durchkonjugiert. Hätt' ich gedacht. Was heißt denn, warte, was heißt denn auf Spanisch behindert? Discapazi, was? Discapacitado. Discapacitado. Jetzt kommst du gerade in Möcken. Du is Discapacitado. Warte, warte. Discapacitado. Nein! Jetzt hab ich das falsche Ding angegeben. Discapacitado. Warte, ich schreib's dir mal, warte. Discapacitado. Oder heißt es dann Discapacitado? Discapacitado. Nee, Disca. Es wird schon das K ausgesprochen. Sandro is Discapacitado. Ich kann's mir nicht merken. Discapacitado. Discapacitado. Alter. Ich hoffe, das stimmt. Google-Übersetzer ist ja manchmal so ein bisschen Discapacitado. Aber nur ein bisschen. Oh, wir sind bei 20 Minuten. Moment, ich... Wenn man aufs Luftfahrtssachen eingibt, was... Also von Englisch auf Deutsch. Ja. Keine Chance. Also wenn man was eingibt, wo? Also zum Beispiel Luftfahrt in Englisch. Zum Beispiel irgendwas mit Lift, also mit Auftrieb. Da macht er irgendwo so einen Aufzug draus. Es ergibt keinen Sinn. Aha. Habt ihr eigentlich Englisch bei euch im Unterricht gehabt, bei der Ausbildung? Hattest du auch so einen schönen Lehrer, so wie auf der Voss? Lehrerin. Ich muss sagen, das war der erste Englischlehrer, den ich nicht gehasst hab. Weil er euch ungefähr... Die Echsen waren einfach die Übungsblätter nur mit Stehkraftaufgabe oben drauf geschrieben. Die Echsen waren wirklich schwer, also... Ah, das ist bloß vorher, sagen wir so, nicht schwer. Auch mit so Sachen mit... Wann bildet man jetzt zum Beispiel das... Nee. ...Present Perfect Progressive, bei welchen Schlag... Da gibt es ja solche bestimmten Schlagwörter immer. Ich glaube, praktikalisch haben wir gar nichts... Ich mach nur noch hauptsächlich Luftvokabeln oder sowas. Ah, okay. Und Bezeichnungen. Das andere war ja mehr... Okay, darf ich sagen... Anwesend sein. Mucho gratias fürs Zuschauen. Zuschauen weiß ich leider nicht, auf Spannisch. Zuschauen. Hm. Senior Heistenberg. Wir bedanken uns bei dir oder bei euch. und hoffen, dass du auch beim nächsten Video einschalten wirst, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Techint Light mit dem Klaas, Con-Klaas. Tschüss. I, yo, soy, Hängerboy. Das war nicht richtig. Das weiß ich aber selber. Bis dann. Ciao. Von nochmal heißt und? Was? Und heißt I. I, ne? I. Senoras, I, Senorita. Ja, genau. Senoras, I, Senores. Oder es heißt so. Senoras, I, Senores. Auch die Polo. Okay, ciao. 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 когда Apparently was a pencil pro war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.